Sprecht das ist nicht weit So wie sieht es bei euch mit dem Abholzen aus Bisschen Holz ist hier noch Ja hier unten könnt ihr wirklich alles abholzen an Holz Wir warten jetzt dass wir die 100 Holz Für den Förster zusammen kriegen Äh für die Sägemühle Der Förster kann noch ein bisschen warten Was ist euer Begehr? Was ihr wollt Aber ja so langsam werden wir leider nicht überarbeiten können Die Sägemühle ist zum Glück recht klein Zum Ruhme Ahrens Das Bauwerk ist vollendet So sei es Das Bauwerk ist vollendet Ich eile Rasch So dann bauen wir erst zwei Waffen Kammer bevor wir den Förster bauen Wie ihr wünscht Nummer eins Das Bauwerk ist vollendet Und Stäpfe könnt ihr auch Gebäude drehen So Ich glaube da können wir erst das Upgrade forschen Das Bauwerk ist vollendet Bevor wir den Förster bauen Rasch Da kommt wieder zwei Speer So So Förster Und ja nachher reiße ich halt den Holzfäller ab Wenn hier unten alle Bäume weg sind Was ihr wollt Weiß grad gar nicht Kostet alles Holz Ja kostet alles Holz Wie ihr wünscht Und hier sind schon aggressiv Vorsicht Gegner Also ja ich glaube nicht dass sie erst zu den Bäumen läuft Ich glaube sie hält dann erst die Bäume hier Dann machen wir zuerst die Lager hier kaputt Wenn wir genug Truppen haben Was soll ich tun Torwärts Schwestern Und ja das Problem ist halt die Bären werden auf Dauer nicht lange reichen Ich kann ja schon mal vorgreifen Was soll ich tun Es gibt in dieser Auf dieser Map auch wieder ein Menschenbonument Das wir dann in erster Linie nutzen werden um Nahrung anzubauen Was wir dann auf zweiter Linie machen werden Werden wir sehen wenn es soweit ist Na der hat auch ne Weile gebraucht bis er uns entdeckt hat Stand halten Männer Also ja ich freue mich schon mal drauf Wenn wir den Fünferbogen tragen können Ich glaube nächstes Level ab Packe ich in Bögen Und dann einmal in Kriegskurz und leichte Rüstung Und dann wieder in Bögen Und dann wieder in Bögen Das wir den Bogen benutzen können Befehlt in Windeseile Befehlt in Windeseile So bei der ersten 5 Nahkämpfer Oh und sie kommen schon hierher Na gut Da muss ich da langsam aufpassen Schnell wie ein Pfeil Das ist ein Hinterhalt Und ja ihr merkt vielleicht schon Es wird schon schwierig die Nahrung zusammen zu kriegen Um überhaupt auf 30 Population zu kommen Mein Burgen für die Rune Bis jetzt kriegen wir das Holz nach und nach zusammen Ich höre Was ihr wollt Was soll ich tun Vorwärts Schwestern So In Windeseile In Windeseile Der Trupp sollte auf jeden Fall ausreichen Ich hab ja auf jeden Fall noch mein Avatar Elends Segen Rasch wie der Bogen für die Rune Ja vorwärts Sofort Und los Mir nach Vor allem damit wir das Ledia dann auch Sofort Freilegen können Bereit Auf meinen Befehl Mir nach Kämpft Männer Die Diener der Nacht sind hier Schnell Was soll ich tun Was soll ich tun Wohin soll ich gehen Wir sind in Gefahr Ja Befehlt In Windeseile Schnell wie ein Pfeil Wohin soll ich gehen Sie reisen uns ein Ich höre Seid auf der Hut Wohin soll ich gehen Wohin soll ich gehen Komm her du Speerträger Wohin soll ich gehen Wo kommt der her Ganz ehrlich Wie kann der da hinten langlaufen Befehlt Vorwärts Schwestern Befehlt Vorwärts Schwestern Okay Dann sollte ich definitiv gucken Dass ich noch Das Lager da einreiße Hier Sofort Schnell Und los Wir sind in Gefahr Auf mein Zeichen Die Diener der Nacht Die Diener der Nacht sind hier Die Diener der Nacht sind hier Ich höre Ich höre Mein Bogen für die Rune Seid auf der Hut Es sind zu viele Ja Jo da kommt Gegnerische Truppen Wir werden angegriffen Ich höre Rasch wie der Wind Feinde Zu den Böden Ich höre Seid auf der Hut Rasch wie der Wind Los Schwestern So Sieht aber so aus Als ob die da oben Auch jetzt da oben hin Laufen Anstatt Hier die Bäume zu fällen Müssen wir das manuell machen Zur Stelle Das ist nicht weit So sei es Was ihr wollt Sofort Die Rune ruft Dorthin Ja gut Das dauert ein bisschen länger Ist allerdings okay Aber jetzt sollten wir speichern Und mal einen Cut machen Also bis gleich Ich Untertitelung des ZDF, 2020